Musik Hallo, ich bin Carsten in Witten und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. So, hallo nochmal. Ich bin heute, wie gesagt, in Witten. Am Hohenstein bin ich hier genau. Der Hohenstein ist eine Parkanlage am Rande von Witten und es soll von hier aus eine ganz tolle Aussicht ins Ruhrtal geben. Allerdings ist das mit der Aussicht im Moment noch, naja, es ist sehr diesig. Ich hoffe mal, es gibt sich gleich noch. Aber wenn ihr Lust habt und auch auf die Aussicht gespannt seid, könnt ihr gerne noch dranbleiben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ich sag dann mal tschüss bis zum nächsten